Jetzt sieht man Sony Center, wunderschöne Gegend. Wir stehen hier vorm 3D IMAX-Kinder. Und jetzt geht's los hier. Da ist Sport Command. Es ist schon wunderschön. Oh, welche Schuhe! Ein Affe! Ei, ei, ei! Nacht auf gleicher Höhe wäre... Oh! Fehler für den Winter. Ein Ape gewinnt das Rennen. Zum Schluss war das noch ganz schön knapp. Da muss das Zielfoto entscheiden. Wunderschön!